ich habe es dort 27 was ist das ja ein moment mal ich kann jetzt ja zaubern wie blöde okay ich habe eine ahnung was da gerade passiert ist ich habe diesen sprung gemacht die gegner sind gerade gespawnt und ich bin dann irgendwie hier unten gelandet ich bin runden macht er jetzt kann den kampf nicht mehr verlieren berger ich werde mich jetzt voll mit zaubern voll sehr gut nein wer wird nicht verrecken ich bin immer noch ja geil ich kann ja unten gemütlich zaubern während ihr nach oben sehr gut ja sehr schön eine explosion von unten eine schöne meine stärkste zauber einsatz noch nicht abgebrochen werde wir haben keine chance die versuchen auch nicht loszukommen so muss ich mir merken die kamera nicht so nach oben packen kann das geht nach da jetzt bin ich letzten schlag bin ich nach oben gekommen sehr gut das war sehr gut okay fing an gottes da war gut